So, weiter geht's mit Portal. So, wir sind jetzt auf der Flucht. Und hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. So, wo bist du? Hier lang, hier lang! Ja, ich komm schon! Geschütztürme! Wow! Okay. Portal, Portal, Portal. So, du flickst. Hehehe. Ja, mach nicht so viel. So, weiter geht's. Ach! Los, los, los! Ich komm schon! Gibt's hier keine Rennen-Taste oder sowas? Da ist der Ausgang! Wir haben's fast geschafft! Wo ist der Ausgang? Oh! 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 Oh, Moni! Ja, okay! Was für'n Fahrstuhl! Was für'n Fahrstuhl! Sick mit Fahrstuhl! Achte! Ich hab's geschafft! Geschafft! Nehmen wir uns auf der anderen Seite! Ach, ja? So! Bin gespannt, was noch kommt! Hehehe, lustig! Das... ... gefällt mir immer besser! Hehehe! Hehehe! Ja, schon cool! So, die Flucht! So, die Flucht! Eeeh! Klasse! Du hast es geschafft! Hii! Echt? Na? Mach mal nicht ja! Komm und hör auf! Was ist los? Ähm... Hm... Okay! Angst? Nicht bewegen! Okay! Ich mach gar nix! Okay! Gut! Ich hab da eine Idee! Ja! Aber es ist verdammt gefährlich! Okay! Bereit? Nein! Bist du blöd? Oh! Das kann doch nicht! Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben! Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt! Wieso hab ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Geht's? Ich laber nicht so viel! Geht's? Wir sind auf der Flucht! Wenn's das nur nicht mitgekriegt hast! Uh! Ganz schön dunkel hier, was? Ja! Angeblich ist hier vor langer langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht! Und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt! Ja! Alles Roboter! Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören! Die der Duplikate! Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden! Aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt! Ja! Darum weiß niemand warum sie schreien! Ist das nicht furchterregend? Ja echt! Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts übernatürliches dran! Jo! Geht's weiter jetzt, oder? Ich hör Geräusche! Komm, gehen wir da weiter! Versuch rüber zu springen! Wo bist denn du? Achso! Okay! Und jetzt? Ach, da sagst man gar nicht mal was lang geht, oder was? Nicht stehen bleiben! Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein! Ja! Ist okay! Wo bist denn? Ich seh doch nichts! Vorsicht! Warte! Ich leuchte hier für den Sprung! Dankeschön! Ich bin doch ein Blindfuchs! Mensch! Das weißt du ganz genau! Das sieht gefährlich aus! Ich leuchte dir den Weg! Oh ja! Oh! Schön gemacht! Geil! Was ist jetzt eh für Dinger? Eh! Ja genau! Weiter, weiter, weiter! Juhu! Lust auf eine kleine Geschichte? Nein! Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet! Aber rate mal für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat! Für eine exakte Kopie seines Modells! Vetternwirtschaft! Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen! Die, ähm... Entschuldigung! Übel riechend wollte ich gar nicht sagen! Ich musste mich um die Menschen kümmern! Oh, ähm... Entschuldige! Ist mir so rausgerutscht! Die sind unsensibel von mir! Das mit dem übel riechend! Wir müssen dich hier irgendwie rausholen! Ja doch! Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja! Jo! Komm ich! Einmal frei! Und jetzt? Daher? Hier drüben ist doch eine Wand! Cool! Oh! Ich sag dir was! Ich liebe Menschen! Schon allein wie sie aussehen! Toll! Und ihre... Kultur! Einfach faszinierend! Woah! Okay, wir werden bloß... Okay! Verstanden! Also ich brauche... Oh, warte! Also nochmal kurz zurück... Ach komm! Gibt's hier noch irgendwo eine Wand, wo er einfach mal durchgekommen kann? Nö! Warum auch? Man kann ja mal... Man kann's ja auch nicht einfach machen! Also... Und so... Ja! Also... Ich nehme dann diesen Weg hier nach unten! Sehen uns unten! Viel Glück! Tja! Weil da schon wieder tausend... Mini-Geschütze stehen! Ich bin unruhig mit mir ein bisschen! So! Hm! Ja, ja! Die Flucht! Schauen wir mal wo wir hinkommen! Und ob wir mal wieder gegen Klaudos kämpfen dürfen! Hi! Wo ist das jetzt schon? Ich gucke den Spielen! A Tourist! Yes yes! Oho! Wieder so ein toller Fernseher! Bzw. ein Monitor! Ähm... Jo! Turmablösungsband aktiv! Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band! Ja! Moine! Keine Angst! wo wir eine vorgabe so, da kann ich was schießen muss sie wahrscheinlich auch so wie es ausschaut die Bänder sind kein Spielzeug bitte verlassen sie das Bad nö, wow da geht's heiß her hier darüber vielleicht oh komm verdammt ja 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 das zielgenaue springen das muss ich noch ein bisschen lieben das sehe ich schon also noch einmal zuck 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 ach verdammt Tome Ablösungsband aktiv integrieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Bad die Bänder sind kein Spielzeug bitte verlassen Sie das Bad dann kommen wir jetzt ja weiter ich bin ja schon weg vom Band ach komm ich hasse die Springerei mal überhaupt da her ja kann man irgendwo eine Partei schließen oder so also kurz ha 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 ich glaube ich muss hier nicht her da komm mit dem geht auf ne so auch nett ach ach fuck okay also ich glaube ich muss da wirklich nicht nach auf sorry Leute dass ihr da noch ein bisschen zuschauen müsst bei den Fails und bei den ähm ja raten wie ich weiterkomme aber es ist halt so es ist ein Blindspiel nicht mit den Türmen auf dem Bad so jetzt muss ich ein bisschen umschauen darauf kann ich nicht zufällig schauen wir mal die ne 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 da kommen wir nur wieder so raus Tio, das ist eine gute Frage, oder war ich da oben so doch richtig? Kann ich die abschalten? Das probiere ich jetzt mal. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Rad. Spielen. Spielen. Ach, ich bin so blöd, Leute. Das gibt's nicht. Echt der Hammer. So, wie geht's jetzt da weiter? Da rüber. Ich bin anders. Du bist nicht anders. So. Ja, wenn man mal den ganzen Weg auch gehen würde, würden wir mal vielleicht so weit kommen. So. Ein da. Rein. Oder auch nicht. Ach, gehen wir gleich da runter. So. Du bist schlecht. Schau mal ein bisschen zu. Du bist schlecht. Okay. Boah, bist du schlecht. Ich bin da nicht. Was setzt denn ihr für welche? Ähm. Platz bloß so. Ich bin da falsch. Bin nachher gekommen. Nein, ernsthaft, wo bin ich hergekommen? Das habe ich schon wieder vergessen. Ach! Dum 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 Ah, das sind die Blinkgänger. Danke, Servus. So, gehen wir weiter. So, was kommt jetzt lustig? Antwort. Vorlage. Antwort. Vorlage. Antwort. Na klar. Zeig, 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 zeig. Sehen wir, sehen wir. Hallo. Tada. Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion langgelegt. Uh, cool. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Mach mal. Ah, 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 b. Ach, kommt der Dusche wieder her. Ja. Fertig. Gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Ja. Cool. Ja. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage. Vorgang erfolgt auf Speicher. Oder auch nicht. Gut. Dann wollen wir mal sehen, wie wir das Bleasband anhalten. Fällt dir etwas ein? Äh, irgendwelche Ideen? Einfälle? Nein? Na, ich auch nicht. Hallo. Ähm, doch. Mach mal das kaputt. Darf ich die Vorlage machen? Ach, komm. Halt, ich möchte mir den Meister. Ich will auch mal. Ich will auch mal. Nein. Vorlage. Antwort. Hallo. Ach, das stimmt, oder? Stimmt gar nicht. Denkst du noch nach, oder? Was ist los? Ach, komm, Ruhe, du. Gehen wir mal weiter. Da nicht. Vorlage. Na schön, folgender Plan. Wir beide werden weiter nachdenken. Okay. In aller Stille. Antwort. Hallo. Stock approved. Ich muss da nicht. Glaube ich. Oh, warte, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Nein, ich hab's doch nicht. Vorlage. Antwort. Okay, also wir machen in der nächsten Folge weiter. Also, ciao Leute. Vorlage.